Nala 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 Guck mal her Hier Du kriegst auch noch ein Stückchen Glocke Ja also das ist mal kurzes Update hier Was Nala macht Natürlich darf das Bild jetzt wieder nicht scharf werden Ach Menno So Nala Ja Und heute ist Tag 70 Und Sie hat noch nicht geworfen Na gut Sie wird schon selber wissen was sie da tut Hoffe ich Inwiefern sie es überhaupt Weiß was da Sache ist Hier sieht man noch mal Dass sie sehr dick ist Ja Ja Pozzi ist auch wieder mit am Start Hier So Nala Dann wird sich zeigen Was wir mit ihr machen hier noch Und Tschüss Das ist Das wäre Du Süß Wir 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 Wir